Ich möchte wissen, was kann man gegen Selbstbefriedigung machen? Erstmal muss man seine Blicke senken. Ja, das ist Nummer eins. Und wie der Prophet, a.s.w. gesagt hat, wer von euch die Möglichkeit hat zu heiraten, der soll heiraten. Wer es nicht kann, der soll fasten. Und man soll sich immer daran erinnern, dass das eine Schandtat ist. Und eine Sünde bei Allah. Und eine Sache, wo man nicht weiß, dass... Oder nicht möchte, dass irgendjemand das weiß. Ja, eine Sache, für die man sich schämt, wo man nicht möchte. Dass die Leute auf der Straße oder seine Eltern oder seine Geschwister oder irgendjemand diese Sache mitbekommt.